Wir sind Daikin, der global führende Hersteller für Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen und Wärmepumpen. Wir im Service Deutschland beservicen diese Anlagen über den kompletten Lebenszyklus. Und dafür suchen wir Servicetechniker, Servicetechnikerinnen. Du startest von zu Hause aus, kriegst den Auftrag über dein iPad. Das ist überhaupt das Beste. Zu Hause in den Firmenwagen gestiegen, da geht die Arbeitszeit los und dann geht es ab zum Kunden. Wir machen dann, je nachdem, die Wartung, die Inbetriebnahme oder die Reparatur. Zwei bis drei Termine am Tag ist das Übliche. Möglichkeiten sind immer aufzusteigen. Man kriegt hier immer super Schulungen und wird immer auf dem neuesten Stand gehalten. Ich habe schon überlegt, ob ich ins Ausland gehen soll, da stehen ja auch alle Türen offen. Alle locker, alle fröhlich. Man wird nie im Stich gelassen, es gibt immer jemanden, der dir hilft. Dieses Gemeinsamkeitsgefühl, das ist etwas, was ich hier kennengelernt habe. Das ist wirklich bis jetzt der beste Arbeitgeber, den ich hatte. Du magst es eigenständig im Team zu arbeiten und du hast Bock darauf, dich immer weiterzuentwickeln und immer was Neues zu lernen. Dann komm zu uns ins Like-in-Service-Team. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.